Es ist echt krass. Du komprimierst in der Eune das Ding komplett. Ich schieße die Knochen rein. Ich finde es auch an den Armen. Ich sage auch ganz oft in dem Bereich, wo ich hier bin, auch eingewachsene Arme und so. Hier sind wir, bei Sauba, wo ich seit 7 Jahren in Formular 1 habe. Once wieder, mit den neuen Technologien zu der Cyclingindustrie. Wir haben mit Sauba Engineering gearbeitet, in collaboration mit Canyon, zu bauen Patrick Lange, eine 3D-printed Titanium Cockpit, aerodynamisch optimistisch für ihn, für dieses Jahr's Ironman World Championship in Hawaii. Zusammen mit meinen Partnern, Canyon und SwissSide, wir haben herausgefunden, dass es ein Potenzial für den Aero Cockpit gibt, ein Aero Advantage. Wir haben Sauba Engineering gearbeitet, und mit ihrer Hilfe und der 3D-printed Metalltechnologie, wir haben einen Upgrade für den Aero Cockpit. Wir haben Sauba Engineering gearbeitet, Wir haben Sauba bertullend, Wir haben unseren Lange und diesen dritten Ausland. Wir haben uns alle über eineяла Punkte, Wir haben die Panseposte, und die Zeit, die Eitste technologie ist im Rahmen. Wir haben den Bauch dessas drin, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. We at Kenyan always try to work together with the best engineering teams in their field. The opportunity of Project 101 together with SwissSide and Sauber Engineering is the ideal way to create progress and it was fun as well. This will help me save time to be lucky enough to take the win again at Kona hopefully. We'll see you next time. We'll see you next time. Bye. 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 Bye.